Die Mika ist ein Edge-Computer, der es erlaubt, virtuelle Maschinen und sogenannte Container zu hosten. So wie Steffen gerade genannt hat, wäre es dann wirklich Mesh in Edge Cloud. Genau an dieser Ebene würde dieses Gerät stattfinden. Das heißt, es ist der kleinste Rechner oder die kleinste Rechenklasse, auf der Virtualisierung möglich ist und die man direkt an die Maschine anbringen kann durch baugröße Ruhestheit an dieser Stelle. Natürlich ist man beschränkt in der Rechenleistung und in der Leistung, an die man sich zur Verfügung steht. Als Aufgabe sind hier zum Beispiel die Virtualisierung von Geräten. Was heißt das? Wir haben vorhin schon über intelligente Sensoren gesprochen und das ist so, dass mehrere Sensoren und Aktoren in einer Maschine auch ein virtuelles Gerät bilden können. Und wir können jetzt auf diesem kleinen Edge-Computer ein virtuelles Gerät instanziieren, was praktisch mit den intelligenten Sensoren kommuniziert und ihnen zusammen eine Geräteabstraktion gibt. Prinzipiell könnte das natürlich auch stattfinden in der Factory Cloud auf der On-Site prinzipiell mit der gleichen Technik. Hier geht es halt darum, wie reduziere ich Netzwerknutzung, also die Bandbreitennutzung im Factory-Netzwerk oder auch wie gehe ich auf Latenzanforderungen ein, welche kann ich nur vor Ort an der Maschine erfüllen, welche kann ich auch erfüllen, wenn ich zum Beispiel auf die On-Site gehe. Zu dieser Virtualisierung von Geräten kommen dann noch andere Funktionen, die typisch sind, dass es zum Beispiel auch lokale Datendrehscheibe zu sein innerhalb der Maschine für den lokalen Austausch und dann natürlich die Gateway-Funktion der Daten, welche wichtig sind für die weitere Bearbeitung in übergeordneten Ebenen, dass diese Daten gefiltert werden, eventuell noch weiter aufbereitet werden und dann an die nächsthöhere Bearbeitungsstufe gesendet werden.